Was mich immer zum Erstaunen bringt, ich bin ja selber einer dieser Missbrauchopfer, die in den 50er Jahren schon missbraucht worden sind. Es heißt immer, wir wussten davon nichts und wenn irgendwas bekannt wird, dann kommen ältere Generationen an, die sagen, auch das haben wir früher gewusst. Naja, was soll ich da jetzt so sagen, weil ich denke, das ist eine Sache, die natürlich die Kirche rechtfertigen muss, warum sie so vertuschend damit umgehen. Die haben ja einen Preis gewonnen, die verschlossene Auster, den Journalistenpreis, dafür, dass sie eben vertuschen und verheimlichen, wo sie nur können. Und den haben sie sicherlich zurecht bekommen. Es ist ja auch so, dass natürlich die Entschädigungen für die Opfer lächerlich gering sind und dann sind sie auch noch runtergeschraubt worden. Also insofern ist das wirklich was, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, wie kann das sein, eine Organisation, die sich Nächstenliebe auf die Fahnen schreibt, die sagt, sie sei offenherzig und würde die ganze Welt umarmen. Das finde ich ein Armutszeugnis. Nun ja, ich denke, das ist einfach einer gewissen Hörigkeit geschuldet, die wir als Gesellschaft und als Staat immer noch gegenüber der Kirche haben. Man erlebt das im Kleinen. Wenn man in viele Dörfer geht in Deutschland, dann ist der Herr Pfarrer immer noch eine Instanz. Und wir sehen das jetzt auch gerade ganz aktuell, wenn der Papst nach Deutschland kommt und im Bundestag reden wird. Etliche Abgeordnete haben schon angekündigt, dass sie dieser Sitzung nicht beiwohnen wollen. Sie werden das Plenum verlassen. Und man will also diese freien Plätze dann mit Ex-Abgeordneten wieder befüllen. Und da muss man einfach mal fragen, was bitte schön soll das, wenn diese Abgeordneten der Meinung sind, dass sie dieser Rede fernbleiben wollen, aus welchen Gründen auch immer, ob sie jetzt religiös sind oder nicht. Ich finde, das muss man einfach anerkennen, dass sie das dürfen in einem freien Staat. Und warum besetzen wir diese freien Plätze? Weil wir uns anbiedern wollen bei der katholischen Kirche. Das scheint mir wohl so. Das ist die ganz eigene Vertuschungsstrategie, würde ich sagen. Und da zeigt sich natürlich auch, wie stark Politik und Religion in diesem Land immer noch verwoben sind.